Unser Jakob, der hat schon einen Sinn für Tradition, weil er würde sogar den Hof übernehmen. Ja, aber er sagt nur Bio. Ich sage dann immer, Buh, wir haben Brat, Kartoffeln, Kraut und Petersil, wir haben Kühe und Hähne. Was genau ist da nicht Bio? Sagt er, nein, Bio das ist, wenn du ganz ohne konventionellen Dünger und Pestizide auskommst. Da hat mein Mann gesagt, freilich, das kannst du machen. Und dann gehst du auf den Kartoffeljagg, lässt einen Scheiß und sagst, so jetzt ist es dumm.